So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Syndicate und in 67 Frames und wir haben jetzt Sequenz 6, empfohlene Level 5, obwohl wir glaube ich schon Level 7 sind oder so, weil wir so viel draußen dumm herum gemacht haben. Level 8 ist bekannt für ihre robuste Konstitution. Two Penny raubt die Bank of England aus. Der Gouverneur der Bank. Ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Dafür ist keine Zeit. Der Buster hat es sicher schon längst im Tresorraum. Wie immer Sie da reinkommen, ich will es nicht wissen. Natürlich. Aber wissen Sie denn auch, wie man da reinkommt? Sinn und Zweck der Bank ist der Schutz von Englands Goldreserven. Eine Festung hinter Schloss und Riegel. Es gibt diesen Bankdirektor, Mr. Osborne. Nur er hat freien Zutritt zum Tresorraum. Sie finden ihn nahe des Eingangs. Und, oh ja, ein Mann hat ständig die Tresortür im Auge. Er bewacht sie wie ein Luchs. Wenn er sie sieht, wird er sie verschließen. Der Wachhauptmann, Gus Howard, kennt Two Penny gut. Er steckt mit drin, ganz sicher. Mr. Fry, bitte, seien Sie diskret. Wir kriegen Two Penny nur, wenn Sie ihn in Flagranti erwischen. Ziehen Sie keine Show ab. Keine Extra-Tour. Das ist die Bank von England. Sollten Sie auf Probleme stoßen, finden Sie mich im Atrium. In Verkleidung. Two Penny wird den Tresor nicht verlassen. So, Tarngelegenheit ist der Bankdirektor. Der Wachhauptmann und der Tresorwächter. Gut, dann gucken wir mal, wie wir es anstellen wollen, ne? Ich würde sagen, wir gehen... Hier oben wo wir rein. Da drin sind die, ne? Da oben ist ein Eingang. Nehmen wir doch mal ihn. So. Mal. Den haben wir erwischt. Jetzt sind wir hier drin, ne? Wir haben das Sperrgebiet getreten. Oh. So. Der Typ hat nur Munition gegeben. Der Typ ist jetzt schlecht, dass er da ist. Tut mir leid, aber... Du darfst mich nicht sehen. Wir werden endlich fertig, mach schon. Wir werden endlich fertig, mach schon. Wer ist denn? Der Typ ist es doch nicht. Er hat hier nichts zu suchen. Und weg. Oh, schick. Sie hat passen für Two Penny's Gruft. Ab ihn an. Hör es. Wir sind in Schuss weiter. Oh, 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 oh. Das ist doch Scheiße Ich hätte es also irgendwie anders auch erledigen können Wir haben noch Messer Messer sind glaube ich ganz Mal gucken was man jetzt so hier unten macht Verdammter Trollpatsch Wenn ihr überlebt habt ihr mehr als genug Zeit es zu zählen Ist ja der 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 Ihr könnt euch nicht zufrieden sein. Bleib stehen! Ihr kriegt euren Anteil übersprochen. Bist leise? Treffer. Wird nichts sich aus dem Schlamm erheben, wenn wir nicht die Zukunft formen? Nein, sie erschaffen würden! Sie profitieren mehr, als sie verlieren. Es ist deren Stadt, nicht ihre. Ohne unsere Investitionen gäbe es gar keine Stadt. Hm. Gute Frage. Hier für den Fährmann. Ob es besser ist... Ja, es ist immer auch wieder die Frage, besser zu investieren. Und sein Geld nicht auszugeben. Äh, nein, sein Geld auszugeben. Oder... Was ist denn hier jetzt los? Das sieht nicht gut aus. Das sind aber Grafikfehler. Die ich eigentlich nicht sehen möchte. Das sieht gar nicht gut aus. Hier habe ich sie aber nicht mehr. Ne, das war nur in der einen... Hm. Was war das? Das ist so... Platante Grafikfehler da. Hier draußen ist nichts mehr davon. Ah, wir hätten durch den Vordereingang rausgemusst. Oder ins Atrium gemusst. Ähm. Ähm. Na. Hier rum wieder raus. Hier rum. Hier rum. Gebe ich wieder diese Grafikfehler. Weiß nicht, was die sollen. Ah, ich muss jetzt einmal komplett durch die Bank durch. Hm. Hier durch, hier durch. Dann steht da einer. Dann steht da einer. Ah, die sind unter mir. Okay. Ich. Hm. Ich muss einmal komplett raus. Und hier rüber. Ach, draußen. Oder? Auf der anderen Seite gibt es den Eingang. Wenn ich da rüber kommen muss, wird es dir noch leid tun. Ja, vielleicht. Wieder Grafikfehler. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Woher kommen die alle? Was muss ich jetzt machen? Ich muss hier durch, durch den Ausgang hätte ich raus gemusst. Was ist das? Wow. geschafft verhaftet sie alle wegen diebstahl am volk von england die bank of england ist geschlossen und zwar bis auf weiteres geheim Passage aufspüren da habe ich nicht gemacht naja unsere währung ist eine lachnummer die inflation außer kontrolle brutal ermordet und das parlament unternimmt nichts das gesetz wird abgelehnt werden so die witzfigur ist so gut wie erledigt es ist alles arrangiert bei meiner ehre ihre ehre hat wenig gewicht was erlauben sie sich die armen in dieser stadt litten lange genug ich bewilligte heute eine beträchtliche lohnerhöhung um der inflation zu begegnen was ich würde ganz london versorgen wenn ich könnte während sie in ihrem club sitzen und versprechen machen die ihre feine ehre nicht bezahlen kann das vermögen ihrer familie ich frage mich was sie bieten würden um ihren namen aus der zeitung zu halten etwa dasselbe was die israeli bieten würde für ihren kopf schätze ich doch seien wir großzügig warum sollten wir uns auf eine sache beschränken wenn wir alles haben können was sagen sie so soll ich kassieren kommen genug zeit verschwendet in den hallen des parlaments muss regiert werden können klar verstanden sie finden selbst hinaus ok warte mal aber ja sequenz 7 18 und das war's da in der politik ist alles erlaubt wieso nicht warte männer angeheuert schlagen morgen zu die israelis tod wird das antikorruptionsgesetz auf eis legen gladstone wird viel umgänglicher sein möge der vater et cetera et cetera b starick hat seine finger also auch in der politik ich muss in den sinopien club und herausfinden wer b ist verhalte dich einmal diplomatisch aber das bin ich doch immer deine indiskretion bei der bank of england hat beinahe zum kollaps der währung geführt beinahe ist das entscheidende wort apropos kollaps was ist mit einem schlüssel der in kein schlüsselloch passen will henry hat ihn und forscht weiter ich bin sicher dass das gewölbe uns gehört beinahe uns gehört evie beinahe 150 helix credits wurden in ihrem inventar dazu gefügt ok gepresste broom in henry green guck mir mal was das ist vor uns wo ist denn hier henry green ich sehe ihn gar nicht ach doch da ist er ja warte ich gehe erstmal zeug abholen ja wir haben nämlich hier jede menge nämlich genau 3000 und ähm dann gucken wir mal kurz auf unsere fähigkeitenliste denn wir haben jetzt sechs fähigkeitenpunkte ähm der erste schlag die hinrichtung benutze ich nicht so oft kampfausdauer äh ok adrenalin panzerkutsche oder der fahrer ich würde sagen ähm der erste schlag ist ganz gut ja dann gucken wir mal kurz in unser inventar weil wir ja neue waffen bekommen haben ach ja da ja der kurioi ähm wir sind jetzt level 8 das bedeutet wir können uhuhuhu 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 mehm mehr tödlichkeit Wenn ich den verbessern kann. Ach, sie benötigen Level 9. Okay. Ja, gut. Ich würde sagen, hier habe ich nichts. Da benötige ich auch Level 9. Der Gegenstand muss hergestellt werden. Herstellen. Ich muss eine Herstellungsvorlage freischalten. Schlusswaffen. Ich möchte eigentlich nicht die Single-Action-Army wegwerfen, aber... Schaden. Schaden, Schaden, Schaden. Ist schon geiler. Ne, lassen wir mal. Gürtel. Benötige ich auch Level 9. Habe ich nicht. Monturen. Der Schaden mit dem Koriuki. Oder Entdeckungsgeschwindigkeit. Entdeckungsgeschwindigkeit eindeutig. Ähm... Upgrades für die Ausrüstung. 2,5. Warnibomben habe ich noch nie benutzt. Äh... Holzenkapazität. Also das nehme ich mal. Und dann, äh... Würde ich mal die... Können derzeit nicht gewechselt werden. Das ist doch scheiße. Aber ich möchte gerne... Ah ja genau. Ähm... Gang Upgrades. Ich möchte noch ein Gang Upgrade bauen. Und zwar... 10.000... Was haben wir hier? Explosive Lieferungen. Brauche ich nicht. Rutschläger. Feuchtes Pulver. Schlechtes Pulver nehmen wir auf jeden Fall. Jeder Gegner, der schlechter ist, ist ein guter Gegner. Kutsche, Rook-Training. Alles zu teuer. Naja. So. Gut. Dann machen wir mal hier die Green Mission. Du hast ein paar Bankgeschäfte erledigt, hm? Jacob? Ah, guck mal. Jetzt kann ich zu Eevee wechseln. Lag daran, dass ich nicht auf festem Boden stand. Gut. Dann haben wir hier Inventar. Genau. Die hat nämlich den neuen Koryu... Ähm... Ach, die hat den schon. Ja, stimmt. Ich habe ja schon mal ein bisschen aufgerüstet. Kann ich nicht machen. Single Action Army bleibt. Legendäre. Den kann ich nicht upgraden. Aveline. Elise. Uh. Ach ja, den haben wir auch schon benutzt. Gut, gut. Ähm... Farben-Upgrade-Ausrüstung ist alles in Ordnung. Hm... Was wollte ich noch machen? Fähigkeiten. Genau. Fähigkeiten. Und zwar bekommt die auch... Hier die Erstschlag-Fähigkeit. Zack. Ja, jetzt habe ich den kompletten Schleichbaum voll. Jetzt muss ich nur noch hier die paar machen. Und auf der anderen Seite bin ich Level 9, glaube ich. Gut. Datenbank. Ist jetzt egal. Aber... Mein lieber Henry... Wieso? Kann ich bei dir jetzt nichts machen. Falsche Taste. Scheinbar müssen die wirklich zuerst gemacht werden. Okay. Dann teleportier ich mich mal hier hin. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja...